Ich find's ja schön... Oh, jetzt will ich über ihm zurückweisen. Okay, wir geben erstmal unser Miranium-Gesuch ab. Da müssen wir erst unsere Schnittstelle. So. Verwaltungsbeziek. Arsenalallee. So, wie eine Schnittstelle gemacht wird, haben wir ja schon mal gesehen. Also da ist jetzt kein... Kein neues Gedöns. So, und wir legen unsere dritte Schnittstelle an. Sehr, sehr viel Miranium, wenn man bedenkt, dass man nur alle 45 Minuten einmal Miranium bekommt. Haben wir schon sehr, sehr oft Miranium bekommen, wenn man so auf die Uhr guckt. Ausrüstung. So, ähm... Ich meine, ich hätte die Nackenverweiterung von meiner alten Waffe schon abmontiert. Und die Meinung ist leider falsch. Ausrüstung. So, ähm... Kurzschwerte. Da ist es. Erweiterung. So, entfernen, entfernen. Und damit ist es einfach nur ein ziemlich starkes Early-Schwert, was mittlerweile übertrumpft wurde. So. Für unsere nächste Waffe brauchen wir... Müssen wir mal schauen, wie viel Miranium... Ach, eigentlich ist das lächerlich. Missionen... Nee, nicht Missionen, sondern Team... Ausrüstung... Bay Gym... Was ist unsere Waffe mit den meisten freien Sprechplätzen? Ich will aber trotzdem ein Sturmgewehr nehmen. Um... Ähm... Die nehmen wir aus, was... Ja, ja. Ein sehr, sehr... Starkes Gehen. Oh. Man würde auf Rüstung verzichten und würde Stärke dazu gewinnen. Man würde, naja, Elementar-Rüstung bekommen. Aber wozu? Symmetrie halber finde ich diesen Scale einfach ziemlich cool sogar. Mit den zwei Vorschussangriffen. Naja, ähm, weiter in Ausrüstung. So, jetzt haben wir ein Sturmgewehr mit vielen Schnittstellen. Wir haben hier zwei, das wäre ein Level 6er Sturmgewehr. Das wäre ja schon leicht lächerlich, ne? Hm. Also, je höher das Level, desto mehr kostet eine Schnittstelle. Das muss einem bewusst sein. Und man bekommt von Mobs eigentlich immer nur Waffen, die etwa nur das gleiche Level haben, wie die Mobs die man besiegt. Da ich sehr hochlevelige Mobs meistens besiege, ist die Chance dementsprechend noch sehr hoch. So, wie viel kostet's denn... 15.000. Hm, 45.000 für die drei Schnittstellen. Mal sehen. Vielleicht gönne ich's mir ja. Jetzt wechsle ich auch wieder zurück zu den Zwillingspistolen. So. Miranium-Gesuch. Na? Nein? Doch. Das Miranium-Gesuch aus dem Industriegebiet, nicht aus dem Ahnen-Schiff. Auch dem Ahnen-Schiff ist der von Mei-Mei. So, du hast 7 und 0 Einheiten, genau, bitteschön. Alle freuen sich. Zurück zum Verwaltungsbezirk, ich hab noch nicht was vergessen. Und zwar das Rest-Miranium auszugeben, ich hätte ja gewusst, dass wir 7 Monate brauchen, dann hätte ich einfach schon mal das Rest-Miranium vorher abgeben können, naja. Ist ja schon nur People. Sponsoring of the Technologies. Krieg ich nen Upgrade? Alle Produkte aufgerüstet. Wir lehnen Miranium keineswegs ab. Verleiht es doch Form und Gestalt dem, was ein bloßes Konzept war. So. Das heißt aus Blau wird Grün. Und... Und... Wow. Ne Menge Asche. Wenn man mal die 2000 so draufrechnen muss, das dann alles abzieht, dann bemerkt er so. Also ne Dreiviertelstunde ein Achtel geben. Will ich mal 8 mal ne Dreiviertelstunde? Hm. Also 8 mal 3 durch 4. Ganz schön lange Zeit noch. Wir kriegen doch, ja. Wollte ich kurz sagen, wir kriegen noch 25.000 etwa. Na gut. 6 Stunden sind ne Zeit, die man irgendwie loswerden kann. 6 Stunden mit diesem Miranium nur um Orfen Technologies auf Gold zu bekommen. Finde ich schon sehr happig. Aber ohne die nächste Depotsonde bekomme ich eh nicht mehr. Ich hab so, so viele Fördersonden, die einfach darauf warten, noch was fördern zu können. Ähm. Es aber wiederum nicht können. Ähm. Weil mir der Depotplatz fehlt. Auf die 24.600 zu kommen, war für mich ein leichtes. Ich war schon um einiges drüber, als ich die Sonden da gelegt hab. Ich musste dadurch einzelne, ähm, Sonden wieder neaktivieren, um ungefähr wieder auf die Zahl zu kommen. Ihr müsst wissen, da wo irgendwelche seltenen Ressourcen gefördert werden an einem Knotenpunkt, äh, setze ich meistens einfach nur eine einfache Fördersonde ein. Weil es mir schnutzpiepelt ist, was ich so, äh, was ich so an Miranium bekomme. Und hab dann eine fette Miranium-Kette aus sehr, sehr hochgelevelten Miranium gedötzt. Und... Ich musste diese Kette schmälern, weil ich zu viel gemacht habe. Ich musste an sehr, sehr vielen, ähm, Punkten einfach wieder reduzieren, weil es nichts gebracht hätte. So. Die vorausgesetzte Harmonie ist jetzt noch nicht erreicht... Harmoniestufe ist noch nicht erreicht. Ach, du verarsch mich nicht! Wieso... Wieso... Ich muss als Voraussetzung... Ach, oh... Kinnas! Sagt mir das doch! Ach, du Scheiße! Und ich wollte jetzt noch dicke Hose machen und erstmal weiter mit der Story machen. Ich muss Lau ins Team holen. Und mit dem auf Kumpel machen. Hätte ich das gewusst? Lau, der war... Der hat doch gar kein bisschen Zuneigung zu uns. Muss ich das irgendwann auch mit Bose machen? Lindi liebt uns. Ich hab bei Irina jetzt eigentlich mehr auf mehr getippt. Naja, Irina mag uns auch sehr. Elma ist uns vollkommen verfallen. Oh, Herr und Lau! Mh, was soll ich denn dazu sagen jetzt? Bislang hat's ja ohne gereicht. Ich stelle mir so ein Team auf und jetzt komme ich mit der Story nicht weiter, weil mich mal in Lau nicht mag. Naja, prinzipiell weiß ich, wie man schnell generiert. Das ist aber erstmal zu Lau. Jetzt verweisen wir mal ins Blade Quartier und gehen mal ne Runde pennen. Also, wir müssen hoffen, dass wir jetzt ganz viele Missionen bekommen, in denen wir schlichtweg einfach, also die wir schlichtweg einfach abgeben können. Und für jede erfolgreiche Quest bekommt man ja Zuneigung. So, jetzt schlafen wir eigentlich nur ein Akt dafür, dass wir auch sicher sein können, dass Lau da ist, weil der kommt wahrscheinlich nur tagsüber an den Punkt, an dem wir ihn normalerweise auffinden. Ich trainiere hier auf Level 40 und mach und tu und lauf in Oblivia und im Noctilum rum und erkunde und schaue mal, ob ich noch irgendwelche Tyranne legen kann. Dabei hätte ich mir das sparen können und einfach mal den guten Lau dazu holen können. So, haben wir ein paar Missionen, die wir irgendwie direkt abgeben? Nein. Natürlich nicht. Das ist blöd. Beides nicht sehr schwer. Die wird wahrscheinlich auch nicht so stark sein. Das ist ne Suche. Da muss ich extra was ausrüsten, da hab ich keine Lust zu. Siebenmortifolen sind jetzt auch nicht so schwer. Das wird wahrscheinlich sehr lange dauern. der wird wahrscheinlich sehr stark sein, wenn ich ihn nicht hinkriege. Ja, Leute. Blöd. Er hat leicht gegen den Kopf getreten jetzt. Er weiß nicht mehr, wer wir sind, ne? Er ist echt ein Held. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Level 22. Ja, ein kleiner Grünschnabel. Oh, großartig. Hm. Übrigens, ab Level 30 kann man einen Scale führen. Dementsprechend haben wir auch nur vier Leute, die den Scale führen können. Also, unser Standard-Team. Hm. Wie willkommen mit Zuneigung muss ich darauf... Ich muss echt Standard-Missionen machen. Ach, Leute. Damit das hier jetzt nicht ganz für die Katze was, ähm, und ich ja sowieso wieder Folgen brauche, machen wir das so. Die Mission ist noch offen. Die Mission ist noch theoretisch offen, aber die mache ich nicht. Die Mission ist noch offen. Die auch. Es ist alles in Oblivia, was dabei ist. Wir könnten mal bei Pfeffen vorbeisehen und schauen, was der wahrscheinlich eine Harmonie-Mission hat. Wir schauen trotzdem mal bei Pfeffen vorbei. Hm. Industrie-Gebiet. Mal sehen, was er zu sagen hat. Mission ist Mission und wir müssen ein bisschen Zuneigung in Arena. Ausgerechnet auf Kosten von Arena, die sowieso so wenig Zuneigung hat. Oh, hier bist du also sehr gut. Ich suche dich nämlich schon lange, weißt du? Professor B hat uns eine Nachricht geschickt, äh, aus der Zukunft. Es dient, als ob er Hilfe bräuchte, weißt du. Aber ich wüsste nicht, wie ich ihm da helfen soll, äh, wie wir ihm da helfen sollen. Du vielleicht? Es ist eine seiner Erfindungen. Damit kann man direkt mit dem Gehirn der angegebenen Person kommunizieren. Kannst du mir noch folgen? Ich war ziemlich überrascht, als es sich eines Tages einfach auf meinem Arbeitstisch materialisiert hat. Weißt du? Hm. Vielleicht geht es schneller, wenn ich dir die Nachricht einfach zeige. Starte die Aufzeichnung jetzt. Bist du jetzt an, du Misting? Ja, gut. Ich kodiere diese Nachricht. Damit sie nur von Pfeffen und Beigem auch abgehört werden kann. Also, ihr beiden armen Leuchter. Wehe, ihr erzählt irgendjemandem, was ihr gleich hören werdet. Klar. Und euch verfolgt auch so, äh, schon genug Gesindel. Egal, ich komme einfach mal zur Sache. Ich bin auf der großen Washington-Insel... Washington-Insel? Drüben in Oblivia. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen bei... Ach, das seht ihr dann, wenn ihr hier seid. Und drückt auf die Tube. Ich muss schnell in die Stadt zurück und herausfinden, was es mit diesen Anomalien auf Mirror auf sich hat. Irgendwie ist der Raum um Mirror noch seltsamer, als ich bisher angenommen hatte. Er ist... Nanu? Ah! Hier kommt meine Beute. Gut. Das Wichtigste habe ich ja, äh, euch, äh, schon erzählt. Bis bald! Und kommt bloß nicht zu spät! Hast du alles mal mitbekommen? Ah, das freut dir auch. Stimmt, die Kommunikation, die können wir jetzt mal wieder zugunsten von Lau machen. Oh, sehr gut! Also, ähm, ehrlich gesagt möchte ich lieber mit, äh, nicht an diesen Ort gehen, von dem der Prof gesprochen hat. Deshalb dachte ich, vielleicht kannst du ihm helfen. Du hast doch sicher auch eine Menge Fragen, die du ihm stellen willst, oder? Zum Beispiel, dass er plötzlich wieder in unserer Zeit macht. Äh, zur größten Verwunderung würde ich ja gerne mal wissen, was die große Washington-Insel ist. Während du weg bist, erwische ich mal, äh, durch Professor, äh, durch Profs Labor. Dann kann ich direkt weiterarbeiten, wenn er wieder da ist. Er. Okay. Södili! So, zuerst mal nehmen wir alle Missionen an. Einmal nacheinander. So, die ist gerade angenommen. Jetzt schauen wir mal, wo die Washington-Insel ist. Ach so! Okay, da war ich tatsächlich schon mal. Ähm. Südöstlich. Ja, südöstlich ist eine kleine Insel von Oblivia und dort ist die Washington-Insel. Dementsprechend nicht unser Primärziel. Die ist komplett östlich, also auch nicht unser Primärziel. Ja, das wird wahrscheinlich unser erstes Ziel sein. Aber wir schauen trotzdem noch mal was. So, geteiltes Light. Die sowieso nicht. Gut. Die kommen als zweites. Und als erstes kommt jetzt erstmal das mit Sunkelek. So, wir reisen an den Eingang von Oblivia. Das finde ich ja noch ganz legitim. Und von dort aus machen wir uns auch den Weg nach Sunkelek. Wenn ich jetzt Missionen-Rankings aufteilen würde, würde ich sagen, das ist doch mitunter eine der schwersten Missionen, die wir jetzt noch so haben. Also von denen, die wir gerade haben. Also von denen, die wir gerade haben. und die wir jetzt nicht mehr ankommt, herzuleiten. Hm. Hm. Ah, ja. Aber natürlich. Sun Barak und die anderen haben dich gesandt, um mir zur Rettung zu eilen. Das Blatt hat sich gewendet, Diffinianerinnen. Äh, rin. Nun bist du in die Enge getrieben und die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Erblebens beträgt 89,6 Prozent. Halt die Klappe! Und du, Mensch! Einen Schritt näher und er stirbt. Wenn du sein Leben retten willst, mach dich vom Acker. Wunderkind offenbart. Eine weise Entscheidung. Sie hat ganz offensichtlich die Anweisung, mich lebendig auszuliefern. Ein Lakai wie sie hätte nicht die Befugnis, mich zu töten. Hätte sie es dennoch, wäre sie eine Strafe für ihre Ungehorsam die nächste, die stirbt. Hm. Zur Hölle mit dir! Es stimmt. Ich soll dich nicht töten. Aber glaub mir, du wirst noch um dein Leben betteln. Sobald ich diese hässliche Menschenfratze kalt gemacht habe. Bevor ich dem Insekt die Beine ausreiße, muss ich die Male zacktreten. Schwätschen. Wunderschönen. Wunderschönen. Geh.